So, wer will probieren? Du bist doch der Experte für rote Säfte, oder? Mhm. Kräftig ausgebaut. Fruchtige Blume. Der Kenner spricht. Das macht man. Ja klar, manche machen das. Wollt ihr jetzt noch? Gerne. Ja. Entschuldigt. Das ist aber weit über dem akademischen Viertel. Was war denn? Ich bringe gute Neuigkeiten mit. Ich hab einen alten Bekannten getroffen. Ich hab Bernhard bestimmt seit 10 Jahren nicht gesehen und plötzlich steht er vor mir. Der Bernhard. So, so. Nicht, was du denkst. Ein guter alter Bekannter. Übrigens Arzt. Jung, erfolgreich, gut aussehen. Unmöglich schwul. Moment mal. Sorry, aber dieser Mann ist so hetero, wie man nur sein kann. Bernhard will wieder nach Düsseldorf ziehen und hier mit einem Bekannten eine Gemeinschaft mit einem Partner. Und mein, äh, ich könnte das finden. Interessiert? Teilhaber. Er ist Internist und sein Kollege ist Karin Lowe, glaube ich. Internist? Allerdings, da kann man sich gut arrangieren. Zwei Internisten in einer Praxis. Also hättest du Lust, mitzumachen? Auf jeden Fall. Das war schon immer mein Traum. Echt? Ja. Die Frage ist nur, wie hoch meine Beteiligung sein wird. Tja, darüber haben wir allerdings noch nicht gesprochen. Ja, aber da kommen wir jetzt ja wohl nicht weiter. Notfalls nimmst du einen Kredit auf. Du bist süß. Hier geht's nicht um ein paar Mark 50. Darauf hast du schon ein bisschen Kapital. Ja. Und ohne Sicherheiten. Warum fragst du ihn nicht einfach selbst? Statt dir hier den Kopf. Hast du die Nummer? Bernhard wollte gleich hier vorbeikommen, also wenn ihr Zeit habt. Darf ich noch ein bisschen Wein bringen? Angelo, wir warten, bis mein Bekannter da ist. Ah, da kommt er ja. Ah, Carly. Angelo. Wie hübsch hast du's hier. Danke. Das ist Oliver, mein Neffe. Und das ist Tom Seifert, von dem ich dir erzählt habe. Freut mich sehr. Tag, Herr Seifert. Charlie ist ja ganz begeistert von Ihnen. Und Sie studieren auch Medizin? Psychologie. Insofern komme ich für Ihre Praxis nicht in Frage. Aha, du hast schon von meinen Kleinen erzählt. Das war dir doch recht, oder? Frau Schneider? Natürlich. Ja, entschuldigt mich. Sie können ja schon mal die Einzelheiten besprechen. Setz dich doch auf. Dann frage ich mal ganz direkt. Hätten Sie Interesse? Keine Frage. Ich habe selbst ein paar Jahre in der Notaufnahme gearbeitet. Ja, aber in der Praxis kann man sich besser um die Patienten kümmern. Auch wenn ich weiterhin Notdienst im Krankenhaus schiebe. Ähm, ich habe allerdings noch nicht meinen Facharzt. Ich weiß nicht, ob Charlie in der Sitzung tat. Ja, aber das ist kein Problem. Den Facharzt können Sie auch bei mir machen. Also für mich hört sich das alles super an. Das sehe ich genauso. Sehr schön. Dann lassen Sie uns mal über das Finanzielle sprechen. Vergiss es, Oliver. Ich habe das Geld einfach nur. Es gibt... Hi. Brauchst du Kohle? Soll ich dir was leihen? Das ist lieb, Christian, aber so viel hast du nicht. Entschuldigen Sie, es sei fertig. Ziehe mein Angebot zurück. Sorry. Okay. Geld für eine Praxis für mich? Du willst eine Praxis kaufen? Nein. Wir haben keine Gemeinschaftspraxis. Die Einlage ist ziemlich happig. Was ist denn mit deinen Eltern? Die haben schon mein Studium finanziert. Jan, kannst du dir so einen Anteil garantiert leisten? Und damit ist das Thema erledigt, oder wie? Sei doch nicht gleich beleidigt. Ich würde mich einfach so früh festlegen wollen, das meine ich. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht auf mich verlassen kannst. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Es tut mir leid. Ich bin ziemlich ungerecht, oder? Aber ich hätte es einfach so gerne gemacht. Und danke, dass Sie so schnell Bescheid gesagt haben. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Gute Nacht. Na, und? Er hat abgesagt. Leider. Abgesagt? Aber vorhin war Tom doch noch Feuer und Flamme für die Praxis. Ist er auch immer noch. Nur ist er außerstande, die Einlage zu stellen. Was ich wirklich sehr bedauere. Ach, und die ist so hoch? Naja, wir wollen die Praxis natürlich mit dem neuesten Equipment ausstatten. Und das hat alles seinen Preis. Ja, ja. Was du machst, machst du perfekt. Genau. Umso bedauerlicher, dass er sehr viel einsteigen kann. Weil ich schätze ihn auch als sehr gewissenhaft ein. Ja. Trotzdem, ich hätte es Tom wirklich gegönnt, wenn es mit der Praxis geklappt hätte.